Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde The Podia Doomsday. Wir befinden uns jetzt in der Zwischenzeit und haben hier den Hillbilly schon gefunden, der nicht so gut auf uns zu sprechen ist. Nein, wir können da auch wieder rein. Das Portal, das in Mac Chronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Okay, dann gehen wir doch einmal hier lang. Wo zum Schneider bin ich hier nur gelandet? Hast du dich verlaufen, Fremder? Dazu bin ich überhaupt nicht in der Lage. Mein fotografischer Orientierungssinn sagt mir immer, wo ich bin, ob ich will oder nicht. Nur mit dem Wann hapert's in letzter Zeit. Wann spielt hier keine Rolle. Du bist in der Zwischenzeit. Ein Raum längsseits von Vergangenheit, Gegenwart. Und Zukunft, schon klar. Ich wollte eigentlich verderblichem Essen sagen. Sowas wie eine Zukunft haben wir hier nicht. Gerüchteweise soll es irgendwann mal eine gegeben haben. Das Portalbauamt gräbt am Boden der Zwischenzeit danach. Aber wenn du mich fragst, ist das neumodischer Unsinn. Keine Zukunft. Vorhin sind hier zwei andere Neuankömmlinge vorbeigekommen. Die haben auch nach der Zukunft gefragt. Vielleicht Freunde von dir? Unmöglich. Die waren doch eben noch bei mir. Außerhalb vielleicht. Hier in der Zwischenzeit ticken die Uhren ein bisschen anders. Und sie haben auch ein paar Zeiger mehr, wie ich sehe. Tja, willkommen in Paradox City. Mein Name ist Rocco McChronicle. Wenn du Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Ähm, Rufus. Und ich hätte da tatsächlich ein paar. Rocco Mc... was zum Kuckuck? McChronicle? Du bist Rocco McChronicle, der Vater vom Dekan Angus McChronicle Senior? Und somit der Opa von unserem McChronicle? Du musst mich verwechseln. Ich habe keinen Sohn. Und wenn, dann würde der bestimmt kein Dekan werden. Immerhin leite ich hier einen Familienbetrieb. Vielleicht sollten wir gar nicht darüber reden. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich versehentlich McChronicles Geburt verhindere. Du hast meine Freunde gesehen? Du hast meine Freunde gesehen? Eine sexy Braut, die von einem cleveren, gutaussehenden Typen begleitet wird? Kann nicht sein. Wir wurden getrennt. Naja, vorhin sind jedenfalls zwei Fremde hier vorbeigekommen. Sie haben die alte Einsiedlerin getroffen. Sah so aus, als ob sie sich kannten. Sie sind zu ihrer Farm aufgebrochen. Halte dich einfach beim Rathaus links und dann immer weiter hoch. Wo zum Teufel bin ich hier? Wo zum Teufel bin ich hier? Du bist in Paradox City, der Stadt zwischen den Zeiten. Sind wir nicht immer alle zwischen den Zeiten? Ähm, bitte was? Na, Gegenwart und Zukunft. Ja, schon. Wobei, wir sind hier nicht so sehr zwischen der Zukunft. Die gibt es hier nicht. Was bedeutet das, es gibt hier keine Zukunft? Was bedeutet das, es gibt hier keine Zukunft? Wie ich es sage. Wenn du dich dafür interessierst, dann frag doch die Leute vom Portalbauamt. Die reden auch ständig von der Zukunft. Und sie versuchen eine aus dem Schrott unterhalb der Stadt auszubuddeln. Wir ranzten Spinner, wenn du mich fragst. Wir hatten hier nie eine Zukunft. Und wir sind bislang auch gut ohne ausgekommen. Ich komme auf diese Stadt noch nicht klar. Ich muss dringend nach Kuwak. Ich muss dringend nach Kuwak. Hm. Da klingelt nix. Ist das außerhalb der Zwischenzeit? Natürlich. Dann fragst du besser die Typen vom Portalbauamt. Die kartografieren die Portale und wissen, wohin welches führt. Hey, das ist doch ein Time-Pod. Hey, das ist doch das Time-Pod. Das da? Das steht hier bereits seit vor meiner Ankunft. Mein Vater wollte es reparieren und hat darum die Werkstatt gegründet. Wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so wichtig. Wie alles hier. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Was zum Teufel? Äh, okay. Geh mir mal hier rein. Ach, da bist du. Audi, Rufus. Du rätst nicht, wen ich in der Stadt getroffen habe. Mein Opa, ich weiß. Er hat mich nicht erkannt. Kein Wunder. Für ihn bist du noch gar nicht geboren. Das werde ich wohl auch nie. Schon kleinste Eingriffe verändern den Zeitstrang. Wahrscheinlich haben wir die Geburt meines Vaters bereits verhindert. Ach, Papa la Papp. Ich habe in letzter Zeit alles Mögliche gesehen. Ich habe sogar alles Unmögliche gesehen. Aber nichts, was auch nur die geringste Ähnlichkeit mit einem Zeitstrang hat. Das Ganze ist eher ein zerfusseltes, verknotetes, verzottetes, verduppeltes, verzwirrltes Zeitknäuel. Es ist okay, Rufus. Mir geht's gut. Ist es nicht unglaublich faszinierend hier? Naja, voll pittoresk, du. Aber wir müssen schleunigst weiter. Schon vergessen? Wo ist Goal? Im Farmhaus. Aber kein Grund zur Eile. Hier, in der Zwischenzeit ticken die Uhren anders. Ich bin im Bild. Noch lange kein Grund, den Fuß vom Gas zu nehmen. Eines von diesen Portalen muss nach Kuwak führen. Wir haben es ja vorhin selbst benutzt. Ja, es ist das da. Das da? Ich hatte eigentlich mit ein paar kniffligen Rätseln gerechnet. Aber umso besser. Warte hier. Ich hole Goal. Und dann holen wir uns unsere Zukunft zurück. Haha! Okay, dann ab ins Farmhaus. Hey, Goal! Keine Zeit zum Kaffee trinken. Es geht weiter. Wir... Moment mal. Habe ich richtig gezählt? Du bist Goal. Also auch Goal. Und du bist fast so scharfsinnig, wie ich dich zurückgelassen habe. Rufus. Weltretter. Zeitreisender. Selbstmörder. Du hast Po-Model vergessen. Aber nicht so schlimm. Die Frage ist doch, wie kann das sein? Was tust du hier? Welche Goal bist du? Sie ist die Goal, die du aus der Zukunft gerettet hast. Und im Gegenzug hat sie mich und Mech auf Elysium sitzen lassen. Zeitmaschine geklaut und wusch! Ab dafür. Ich habe halt nicht so ein Gespür für dramatische Abgänge wie du. Und weit gekommen bist du auch nicht. Ja, ich war vielleicht etwas vorschnell. Als ich in der Zwischenzeit ankam, gab es keine Zukunft mehr. Der Tunnel war einfach zu Ende. Und der Autopilot hat mich direkt darauf zugesteuert. Ich musste Bruch landen und war gestrandet. Für uns sind nur wenige Stunden vergangen. Für sie war es ein ganzes Leben. Warum hast du nicht eins der ganzen Portale genommen? Die Portale öffneten sich erst viel später. Zunächst waren alle außer Reichweite. Dann begannen die ersten Deponianer ihren Schrott in die Anomalie zu werfen. Auch die ersten Zeitreisenden kamen aus allen möglichen Vergangenheiten. Die meisten strandeten hier. Wie ich. Aus dem Schrott bauten wir Paradox City. Zunächst wollten wir die Portale erreichen. Aber keines davon führte in die richtige Zeit. Spätestens als die ersten Kinder geboren wurden, wurde uns klar, dass wir uns ein neues Zuhause gebaut hatten. Aber jetzt bin ich ja da. Also kommen wir... Ähm... Was war das? Ein Erdbeben? So eines gab es bislang nur ein einziges Mal. Damals, als die Portale aufgingen. Hier ist was los. Geht nicht weg. Ich schau mir das mal an. Ah, da will ich das gar nicht. Auch nicht doch. Wo ist das Kuwak-Portal? Und die ganzen anderen? Alle weg. Ich glaube, ich habe eine Erklärung. Als ich vorhin im Labor die Tachjonen undosiert in das offene Portal ergossen, haben wir damit nicht nur ein Portal geöffnet, sondern auch alle umliegenden. Portale an die unterschiedlichsten Orte und Zeiten. Da die Zeit hier drin schneller verstreicht, standen sie über Jahre offen. Während du an der Uni Goal geholt hast, ist hier eine ganze Stadt entstanden. Kurz nachdem du durch das Portal gestiegen bist, hat sich die Anomalie hinter dir geschlossen. Im Labor nur ein Augenzwinkern. Hier mehrere zig Minuten. Du meinst, diese Stadt existiert nur, weil wir vorhin das Portal geöffnet haben? Bringt einen ganz schön ins Grübeln, nicht wahr? Ja, zum Beispiel wie wir hier wegkommen. Jetzt, wo die Portale dicht sind. Ich dachte eher an die moralischen Implikationen. Was passiert mit den Menschen hier, wenn wir die alte Zeitlinie wiederherstellen? Dürfen wir das überhaupt noch? Ich sehe keine Verbotsschilder. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Du solltest das untersuchen lassen. Was zum Teufel? Ist das so schwierig? Einfach nur einmal, auch das und Portale gehen durch. Ende. Okay. Dann fangen wir mal wieder an mit der lustigen Sucherei. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Ähm. Ein Heel. Wag es ja nicht, oder möchtest du unbedingt von einem Fuel-Lock-Rudel zerfetzt werden? Naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat. Hier draußen herrscht Krieg. Und im Krieg gibt es nur Verlierer. Was sind das für Tonnen? Was sind das für Tonnen? Ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fuel-Lock-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Okay. Aber das ist ja jetzt Schwachsinn. Das Saatgut zu verwahren, damit es nicht verdirbt. Ich meine, hier vergeht ja keine Zeit. Das kann er nicht verderben. Eine Zeitmaschine. Das wird es auch dir in dir gegeben haben, sein Tun werden können. Habt ihr mitbekommen? Das war Foto 5. Ja, okay, das. Wie schon gesagt, Foto 5. Hallo, Rita. Ähm... Ich wollte nur... Tick, tack, tick, tack. Hörst du das? Das ist meine biologische Uhr. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Ganz schön voll hier. Ganz schön voll hier. Gibt's was umsonst? Ja. Ein Tipp für deine Freundin. Solange sie keinen Ring am Finger hat, sollte sie ihren Typen nicht allein durch die Stadt wandern lassen. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Sag das doch gleich. Fjolok-Suppe ist aus. Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Einmal Toast und Milch, bitte. Einmal Toast und Milch, bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Die Portale sind zu. Die Portale sind zu. Hab ich's doch geahnt. Klassischer Fall von Torschlusspanik. Hast du eine Zeitmaschine? Hast du eine Zeitmaschine? Meinst du, ich würde so aussehen, wenn ich eine hätte? Zeitmaschinen sind selten geworden. Maverick hat eine Instant Change. Aber er würde lieber seinen Großvater überfahren, als jemanden darin mitzunehmen. Und dann ist da noch Wins, der allerdings nur deterministische Zeitreisen anbietet. Das ist erstens langweilig und zweitens riecht Wins nach verdauten Pflaumen. Ansonsten kenne ich nur noch das alte Time-Pod in Roccos Werkstatt. Keine Ahnung, ob das noch funktioniert. Wenn du also eine Passage brauchst, vergiss es einfach. Wir sind hier alle gestrandet. Das Beste, was du tun kannst, ist so schnell wie möglich unter die Haube zu kommen. Ich glaube, ich passe. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser Dating-Plattform abmelden. Hm. Hallo, Ung. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Uga, Uga. Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo. Du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend, Kommunikation ist eines der wichtigsten Attributive für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpamper. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Also damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Alter, für ne... Uh, was haben wir denn da feines? Erdnüsse? Erdnüsse? Lecker! Wow! Du hast Mikey gefressen! Was? Aber... Oh nein! Ich dachte, ihr bleibt Erdnüffe! Ach, schon okay! Mikey war eh ein Arsch! Warte, kein Kopf! Und... Wir sind Erdnüsse! Sapiente Erdnüsse! Aus einer anderen Zeit! Lecker! Und clever! Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zu Erdnussbutter verarbeiten. Hm, nein! Das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lass ihn ausreden! Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund? Und es zu Erdnussbutter zu verarbeiten? Hm, stimmt. Den hat er doch nicht genannt. Ja? Warum will er das eigentlich? Hey, ich kacke im Teich. Was zum Teufel? Aus Prinzip? Aus Prinzip? Mh, aus Prinzip sagt er. Das ist erbärmig. Pfui! Falsche Antwort, Schabo! Na, dann vielleicht. Als Reiseproviant. Als Reiseproviant. Also da geht einem doch der Hut hoch! Erst Mikey und jetzt das! Du Gierschlund! Ich meinte ja auch... Ich schätze mal, das hier wird das Richtige sein? Seit wann brauche ich einen Grund? Seit wann brauche ich einen Grund? Meistens ergibt sich das im Nachhinein von allein. Ist das zu fassen? Oh, seht mich an. Ich bin ein Zweifüßler. Ich brauche keinen Grund, um Erdnüsse zu essen. Wir wollen den Grund hören! Ist ja schon gut. Na gut, für die Liebe. Für die Liebe. Wow, na das ist doch mal eine Antwort. Für die Liebe? Oft fanden wir uns doch gerne. Yippie! Ich zuerst. Na aber, ähm, eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach ja? Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden! Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben wir auch keinen Deal. No, sir! Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay, ich sag's euch ja. Ich will Goals Zuneigung zurückgewinnen. Ich will Goals Zuneigung zurückgewinnen. Oh, das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Aber es geht um Goal. Ja, aber wer ist Goal? Ich meine, kennen wir sie überhaupt? Also ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft! Ihr habt recht, vergesst es einfach. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Mann, ist schon gut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Hallo, Winf. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Ritardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hä? Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Ritardes lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Okay. Hallo, alter Maverick. Das hat mir was. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich einfach zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der Fünfer Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zwei erreichen, den sogenannten Mutterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftelt, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist... Das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich. Diesen Faulenzer. Der wollte mir schon längst eine leckere Fulok-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fulok-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Okay. Der junge Memorick. Oh nein, die Fulok-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie... Naja, wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nun nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fulok-Rippen ausgegangen. Oh je. Was für ein Fiasko. Okay. Hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen, außer noch hier die Toilette. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hätt's mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporal-Diarrhoe? Nein! Die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Ja, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums zu verstopfen. Endzeit-Mensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses Prima-Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Cletes Koffer. Ich erinnere mich daran. Aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Oh, wem sagst du das? Eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, genau. Aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Oh Gott. Schön. Goodbye, Depony. Alles Grüßen. Äh... Hier waren wir noch nicht. Ähm... Wo ist... Was ist... Hallo Architekt. Ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz. Ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung. Das ist die Aufregung. Was genau macht der hier? Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie... Was auch nicht. Abrutschen könnte? Die Chancen biegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Ruhejuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ne, 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 ne. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Oh. Genau diese Folge von mir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.